Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Mystery. Und heute stehen ein paar Dinge an, ein paar viele, aber eher viele kleine. Als allererstes könnt ihr sehen, hier unten das Haus ist weg, ich habe ein paar Löcher geflickt und so weiter, die Kisten weggeräumt, ich habe die Golems hier oben weggeräumt, ich habe hier unten, da habe ich jetzt auch noch ein Loch gemacht, wo man runterspringen kann und da unten im Aufzug sind Trichter, die die Redstone-Block wieder einsammeln und wir haben Geländer um unsere Terrassen hier jetzt endlich, das ist schon mal sehr gut. Und wenn dir Minecraft Mystery gefällt, du auch keine Folge mehr verpassen willst, dann kannst du den Kanal gerne kostenlos abonnieren und das Video liken. Ansonsten sind wir heute Abend um 20 Uhr wieder live hier auf YouTube, so wie jeden Mittwoch. Und wir werden heute noch hier anfangen einzurichten und hier unten werden wir anfangen, also da werden wir ein Baugebiet ausweisen, weil der Kroko hat mich gefragt, ob er hier was bauen darf in Schwarz-Weiß, er findet die Thematik ganz cool und würde das gerne mal probieren. Soweit der Plan. Nehme ich erstmal, ich habe ein Schild, aber wir brauchen auch noch einen Schleimblock, wir müssen da noch einen reinmachen, das ist so ein bisschen doof, da können wir noch nicht runterspringen. Vielleicht sollte ich da mal einen Schleimblock reinmachen. Turm, die Wache für le geile Brügge. Et Kroko. Was sind denn die Ranken hier rein, so eine Art Sicherheitsnetz oder so, weil es man reinfällt, schnell so Richtung Ranke steuern. Das sieht so merkwürdig aus mit den Ranken da drin, aber gucken wir mal. Oh, ich höre schon was. Hallo, komm mal runter. Ja! Äh, okay. Das war jetzt nicht so geil, aber... So, zwei haben wir schon mal. Das Problem bei dieser Schleimfarme ist, dass sie wohl noch keinen AFK-Spot hat, ne? So wie ich das sehe, weil man muss ja immer so 28 Blöcke entfernt sein, damit Monster anfangen zu spawnen, aber auch nicht viel weiter, weil sie dann wieder de-spawnen, wenn sie weglaufen. Das ist so ein bisschen... Hallo, ich will fetten Nasen schlodder, jetzt mach doch mal. Oh, mein Herz allerliebst, der Orks. Ich glaube, der Koko hat die Nachricht noch gar nicht gesehen, ne? Ich hab dem gesagt, dass hier was für ihn ist. Na gut, vielleicht kommt er ja noch drauf. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Aber jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier so ein bisschen... Also ein bisschen unseren Turm eingerichtet bekommen, der im Übrigen, finde ich, ohne dass Gold so viel cooler ausschaut. Das sieht einfach mega gut aus, so. Lord, ich finde den Turm voll hässlich und langweilig und der sieht voll kacke aus. Ja, das steht immer in den Kommentaren, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Jetzt hab ich nicht mal einen Redstone-Block hier. No! Okay, warte, wir gehen gerade durch den Nether einholen. Wir können uns hier einfach bei Mika gerade eingönnen. Sag mal, das wird immer verwildeter hier, ne? Also, ich hab das Gefühl, dass das... Hallo! Und der steht... Der steht auch noch hier. Ey, der war noch nicht da dran. Mann, Mika, du musst mal machen jetzt. So, das Bettchen packen wir auch noch ein und dann gehen wir nach oben, weil ich würde gerne natürlich in die oberste Etage, nicht obendrauf, sondern einen davor, würde ich gerne mein Schlafzimmer bauen. Das wäre dann, ich glaube, hier. Ich glaube hier, ne? Ja. Hier. Dann müssen wir erstmal wieder den Boden reinmachen, ne? Und ich hab dafür endlich mal ein bisschen vorbereitet. Und eine Schalkerkiste mitgenommen. Yay! So, dann machen wir einfach so, ne? Ja, ist legit, glaube ich. Ist legit. Ja, dann können wir ja endlich mal, hier die Gerüstblöcke auch hier runter wegmachen. Und... Nice! Und dann können wir da oben zumachen. Dann haben wir nämlich die Etage auch schon mal. Und hier kommt man auch hoch. So. Dieses ganze Schachbrettmuster. Ich glaube, in Masse macht einen das echt Kirre in der Birne. Aber ich find's cool. Gefällt mir gut. Da gehört aber so ein hin, ne? So. Und hier müssen wir halt auflassen. Hier ein Schlafzimmer rein wird ultra eng. Ehrlich. Also, wirklich. Das wird richtig, richtig knapp. Aber nicht schlimm. Ich denke, wir werden hier so eine kleine Galerie reinmachen. Also noch so ein Absatz, wo da ein Bett und so weiter ist. Weil ich würde hier gerne einen Kleiderschrank reinmachen. Und deswegen machen wir erstmal... Als allerallerallererstes machen wir uns eine Bergbank. Ist ja logisch. Rüstungsständer. Okay. Und ich würde das gerne drei breit machen. So drei breit. Also, dass wir dann im Prinzip hier auf diesem 2x3 unseren Kleiderschrank haben. Da oben vielleicht ein Flänzchen drauf oder so. Und dann kann man hier hoch auf die Etage zum Bett. Und das ist halt super, super simpel gemacht. Wir können erstmal... Das Schöne ist, wir können die jetzt einfach selber so hinstellen. So. Einfach so, ne? Steht. Dann noch. Steht. Und steht. Jetzt hätte ich aber gerne noch genau in der Mitte... Hätte ich gerne auch noch welche. Ja, wir können das eigentlich so machen. Sagen so, so und so. So. Und dann müssen wir den einmal hier hinstellen. Dann brauchen wir einen Kolben. Komme ich da dran? Ja, nice. Den Kolben und den Redstone-Block brauchen wir. Und dann können wir den nämlich einfach so... Yay. Und... Yay. Es ist aber nicht ganz mittig, ne? Ich glaube, wir müssen eine Mauer nehmen. Keinen Block, sondern eine Mauer, damit der ganz mittig ist. Es ist mal... Es gibt da so verschiedene Möglichkeiten. Gegen eine Mauer schieben, gegen einen Block schieben. Dann kann man das noch auf ein Drittel Block schieben. Ach, das ist... Das verwirrt mich jedes Mal aufs Neue. Ach hier, wir haben noch ein Stück Fichtenholzzaun. Das müsste... Oh, ein Zaun könnte sein, dass es wieder zu weit rutscht. Wir schauen mal. Ja, Zaun rutscht wieder zu weit. Ist aber nicht schlimm. Ist nicht schlimm, weil es ist ja im Kleiderschrank. Und maybe hat man das vielleicht so ein bisschen rumgeschoben. Weißt du, so den Kleiderbügel oder so. Keine Ahnung. Ja, ist doch okay. Steht doch ganz gut, ne? Also vielleicht hat man die zwei da gerade rausgenommen. Geht doch. Jetzt brauchen wir erstmal Stufen. Weil die sollen nämlich da unten so rein, dass es aussieht, als hätten wir unten ein Schuhfach. Also, die sollen jetzt hier auf diese Höhe... Dann würden die nämlich so die Hose abknipsen. Und das sieht aus, als würden unten die Schuhe hingehören. Finde ich mal ganz cool. Also, wir müssen es so machen. Und... Wupf. Einmal. Und ein letztes Mal. Ja, das passt schon mal. Das ist sehr cool. Dann können wir Jacken aufhängen, können Schuhe dahin tun. Finde ich voll gut, ganz ehrlich. So. Und so. Das ist eigentlich total cool. Hier neben müsste auch noch... Vielleicht noch ein Webstuhl. Ja, mega eigentlich. Jetzt können wir nur noch hingehen. Und können hier oben einfach so drei Falltüren machen. Dass das so den Schrank irgendwie abschließt. Und ab hier kommt man dann in die nächste Etage. Warte, 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 warte. Gebt mal hier gerade. Gebt mal hier jetzt. Dieses Holzmonster passt hier gar nicht rein. Sieht aber trotzdem irgendwie cool aus. Also, das Problem ist halt, man kann das aus schwarz-weißen Sachen so nicht machen. Es gibt nicht, weißt du, als weiß ginge allerhöchstens Eisenfalltüren. Da brauchst du noch ein Red-Zone-Signal. Also, das ist echt... Also, wir müssen hier so in Holz reinknallen. Wir lassen es erstmal so. So finde ich es schon besser. Weil wenn wir jetzt hier so Klamotten aufhängen und da unten Schuhe reinstellen, finde ich eigentlich ganz cool. Müssten wir hier noch was machen. Da könnten wir vielleicht einfach, wirklich einfach eine Tür hinstellen. Damit das aussieht, als könnte man das da noch aufmachen so. Als wäre da noch was drinne. Da ist jetzt nichts drinne, aber... Weißt du, was ich meine? Weißt du, was ich meine? Ich liebe es einfach, mit Falltüren zu arbeiten. Das ist ganz schlimm. Ich würde jetzt hier hin machen. Würde da einen Kuchen draufstellen. Ja, wer isst nicht gerne abends Kuchen am Bett? Dann machen wir es so. Wunderbar, ganz einfach. Und noch so eine Falltür. Na, wobei, die wäre zu viel. Dann sieht das so abgeschlossen aus. Machen wir es so. Und hier machen wir einfach so. Nein, nicht so. So. Und. So. Und dann stellen wir die auf. Und dann haben wir hier so eine Reling, dass man nicht runterfallen kann. Auch super easy. Und vielleicht wären Bilder noch cool. Dass wir hier vielleicht so ein paar Bilder aufhängen. Und vielleicht noch so ein paar Töpfchen mit Pflanzen machen. So. Gut, dass wir den ganzen Ton eingesammelt haben. In dem See da hinten. Irgendwie hier hängen richtig groß. Ja, leider aber nicht mittig. Das ist schade. Machen wir halt so. Und dann hängen wir hier noch ein Bildchen auf. Zu sagen, so. Wir haben hier. Hier. Da. Vielleicht. Oder hier. So. Finde ich okay. Da oben soll sowieso nur ich hin. Also niemand soll durch mein Schlafzimmer latschen. Und dann da hoch wollen. Das ist meine Ecke. Da braucht man gar nicht versuchen, irgendwie groß hinzukommen. Und jetzt machen wir hier oben. So. Die vier schwarzen. Boah Lars, hast du was gegen Schwarze? Ja, total. Weil ich schwarze Stufen benutze. Du Held. Und dann machen wir hier einfach so zwei. Ja, und dann hängt hier eine Lampe. Ja, das ist schon sehr tief, ne? Noch ein höher. So. Hängt hier eine Lampe. Dann können wir hier zwei machen. Weil hier stört das einen nicht so sehr. Hier machen wir dann auch zwei. Stört einen auch nicht so sehr. Und da machen wir dann hier eins, zwei, drei. Dann haben wir nämlich unten auch ein bisschen Licht. Finde ich eigentlich sehr cool. Kann man so machen. Ja, finde ich gut. Kann man echt so machen. Hier unten noch nicht genug Licht. Aber das kriegen wir auch noch gelöst, das Problemchen. Wenn man hier auch wirklich einfach so runterlaufen kann. Und keine Angst haben muss, dass man gegen die Lampen rennt. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Passt auch so mit den Bildern. Na toll, hier oben hätte ich polierte Stufen machen können. Und ich mische die ganze Zeit. Ah, wie doof. Ja, egal. Jetzt ist es so. Die Wand ist noch ein bisschen nackig, ne? Aber man muss auch nicht alles zuprullen. Man kann das ja auch mal so lassen. Ich finde es eigentlich schon echt cool. Gefällt mir recht gut bis jetzt. Wir können halt hier draußen noch so... Wie man die Blumen einfach gar nicht sieht da, ne? Die sind so klein. Die fallen gar nicht wirklich auf. Das ist nur so, wenn man drin ist, ist das dann ganz hübsch, dass da Blümchen sind. Aber hier, das fällt einfach überhaupt nicht auf. Ist okay, kann man lassen. Yay, Aufzug! Okay. Jetzt können wir aber wenigstens einfach so... Und... Tschö! Und er ist wieder in der Kiste. Das ist schon mal sehr gut. Ich hatte noch überlegt, ob ich oben... Einen Wecker hinbastle. Aber leider bräuchte ich da schon so ein bisschen 3x5 Platz für das Redstone. Und das würde halt echt nicht hier hinpassen. Das ist ein bisschen schade. Müssen wir vielleicht in Zukunft die Räume ein bisschen größer gestalten. Oder halt auf der Erde bauen. Das ist immer der Vorteil. Aber schaut doch schon geil aus. Und jetzt kann ich hier über mein Königreich blicken. Und hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Weil wenn ja, dann kannst du das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Und Teil von Team Lars LP werden. Von meiner Seite heißt es vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein. Fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich bin raus. Ciao. Mit Pau.